Hallihallöchen, Willkommen zurück bei DarkHololo Und zwar in 5 Minuten haben wir einen Angriff Genau, und den warten wir jetzt noch ab, weil wir mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was Genau, vielleicht haben wir ja noch ein bisschen was davon Ja Vielleicht haben wir ja noch was davon, Beste So Ich hab Spaß, das ist schön Die haben Spaß, ne? Ja, ja Die haben Spaß Mal ein bisschen Bäume hier weg machen, hier Zack Die Faye auch, die hüpft Weitereauf Weitereauf Ja, weitereauf Ja, weitereauf Faye testet alles aus D Silber Bum, 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 Bum Wie kann man denn Bäume pflanzen? Wie kann man denn Bäume pflanzen? Wie kann man denn Bäume pflanzen? Ja, auch über das Baumenü Sieh, hier, hier, wo ich bin Ich hab' ich gebaut hier Die dünnen Dinger da Okay So Ich verkaufe mal ein paar Stücke Ich weiß zwar nicht wofür, aber, ey, ich verkaufe ein paar Stücke Tag Und Rohrkulben Und Rohrkulben Zweige Und Blätter So, in drei Minuten haben wir jetzt gleich hier, ne? Das große Kriechen Guten Tag Hier steht noch ne Kiste Was? Kiste? Hier hinten Hier hinten an der, wo die Brücke ist, die kaputte Bist du bis dahin jetzt gelatscht? Ja Dann machen die mal mit Ach so, warte mal Den hab ich sogar noch im Bernstein Bärenstein Das soll auch mehr sein Das soll auch mehr sein Mit dem Bärenstein Darf es auch immer mehr sein Du kennst mich doch, ich schwamm überall rein Ja, für dich hab' ich jetzt nix, aber, äh Ich wollte ja einen Punkt haben Ähm Für dich hab' ich nichts Und du kriegst auch nichts Und jetzt Was denn? Ich hab' nichts Du kriegst nichts So Ja Freude haben wir auf jeden Fall 480 Ja, wir haben eigentlich relativ alles Oh, ich, äh, setzt jemanden zur Ruhe, ja? Ja, ich hab' da eh gerade Dann kann man nachher nochmal einen wiederholen Äh, ich bin schon dabei Okay Ich hatte eh doch gerade vor einen, äh, wiederzuholen Eine ganze zwei wiederholen Naja Mal Mal Ich geb' dir nur gerade vorher, äh, kristalle halt weg Ich lass' direkt altern Ja, ja, ja Na, ich hab' mir malen Ja, aber, hm Ja, aber, hm Ja, so weiter geht es ja gleich direkt in, Anne Glück hat Ja, wir haben ja noch ein kristalle, ähm Hm Der gibt nen Händler-Rabatt, wenn man so möchte Ja, wir haben, wir haben ja noch kristalle im Dings Naja Oh Na Ausgerechnet jetzt, wo der, äh, Angriff losgeht Das ist gut Ah, warte, der andere kann ich eh noch nicht so hoch weilen, aber Ich komm' Ja, kommt Ich komme Einen Gunzer schon mal weg Bin auf dem Weg, ich bin sogar da Oh Der ist gerade weggeschneckt worden Von unseren, unserer Abwehr hier, die eigentlich relativ super ist Ich hab' grad einen von uns, den müssen wir gleich heilen Achso Ich muss grad sagen, hä, ich hab' da gar nichts mehr gefunden Ich bin doch schon hier Der Richter ist hier Der wird gerade wüt beschossen Okay Ja, komm hier Hä? So Das war'n Grundzahl, den hab' ich mal eben Du hast grad einen wiederbelebt Zwei hab' ich wiederbelebt Äh, belebt Ja, ich guck' nachher Zwischendurch guck' ich immer, was Die brauchen Und dann hol' ich mir das aus dem Lager Ähm Ha-ha Oh Ein Richter Hallo Herr Richter Margot Richter Ja, komm So, Vorsicht Lassen wir den mal zurückkommen Oh, den du mir weggenommen hast, ist glaub' ich mein Heiler gewesen Nee Doch Nein, der hatte Verstärkte Nur verstärkte Ähm Bei Heilung hab' ich so auch Ich hab' die noch drin Okay Weil einen hab' ich Einen, einen Verstärkten Schlag Hm? Verstärkter Schlag hatte der da auch nicht Boah, der Richter sitzt jetzt da hinten Ja, der ist doof Oh, ich hab' ja alles schon abgelegt, Mist Ich komm' da jetzt auch nicht rein zu dem Oh Oh Nimm die Kiste bloß mit Die ist aber nicht hier Die ist nicht hier gespawnt Hm Die ist hier nirgendswo gespawnt Bei mir ist hier auch nirgendswo Also ich seh' sie nirgendswo Wie gesagt, ich war ja jetzt grade da drin Hm Ich kann ja nochmal hier absuchen Wo der Richter war Ja Keine Kiste Klar, grabelt vielleicht diesmal keine mehr Und hier habe diesmal keine mehr Ist ja auch nicht schlimm Warte, ich guck jetzt nochmal Dann lass reisen Ja, warte Nimm unsere Freunde eigentlich mit Äh, ja Ja Die werden mitgenommen Okay, warte Einmal eben altern lassen Ja 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 Vorbereisen So ich hab nochmal einen geholt aber wenn das im lager ist kannst du die auch altern lassen übrigens wenn du die anklickst dann siehst du auch ob du hast oder nicht na ja aber ich will ja nicht anklicken extra ja ich hatte jetzt einen dabei deswegen habe ich das jetzt gesehen gehabt so mal eben ganz schnell hier paar sachen reparieren ich glaube jetzt ist alles repariert warte ich hab für dich noch was mein freund der plipper ich habe noch ein kristallchen kristallchen gut fey bist du bereit ja ich habe die kiste gefunden es geht noch nicht ins lager drei blaupausen haben wir jetzt ja sehr gut siehst du da war nämlich noch eine drin deswegen habe ich schon gesagt wir nehmen den angriff ich habe moment eine cola verschluckt sieht das hier toll aus eigentlich gar nicht es ist der herbst du hörst hier sind aber unsere alten noch und auch die die noch nicht erweckt sind naja da hast du jetzt immer so eine insel hier sind noch ganz viele leuchtig sind unsere alten aber hier ist auch essen was du in dem du kannst deswegen und heilpflanzen heilpflanzen ja direkt vor ort ist immer gut finde ich also so diese weißen die da auch das ist kein corona es ist kein corona Zu dem Auto, um gucken, ob da irgendwo eine Kiste ist. Abriechen. So, schauen wir uns das mal an, das ganze Spiel. Ich geh auf die Insel direkt, die hier auch direkt in der Nähe ist. Ja, ich, ich, äh... Ach! Bin hier zur Kirche und so unterwegs. Ich bin aber auch deppert. Ich sollte dann vielleicht auch die Sachen mitnehmen, ne? Okay, ich, ich steuer jetzt einfach irgendeine Insel an, weil ich war an der Kirche. Oh, toll, direkt zwei Fettis. Okay, 43 Wegepunkte hab ich noch. 43 haben wir die alle mitgenommen. Scheinbar. Das konnte ein. Ah, du blöde Drecksau. Krepier endlich. Wie sprichst du mit mir? Tu doch nicht. Ach so. Warte, direkt mal eben den Vorratslaster. Oh, ah, wir brauchen Betten. Hahahaha. Fällt mir gerade so auf. Ja. Komm her. Und die Fackeln kann ich auch mal eben direkt hier lassen. Ja, ich bin da hin, weißt du, wo... Ich bin hier zur Kirche. Ja. Und, äh... Beziehungsweise da, wo das Auto ist, um direkt mal zu gucken, weil... Wir brauchen ja diesmal... Und dann bin ich ja hinterher auf der Insel irgendwo. Oh, schau mich. Dann komm her. Ja. Verpinten. Hä? Geht nicht. Scheiße. Buh. Ja. Ja, Mist. Komm her jetzt. Sei doch nicht so. Boah, die großen Viecher gehen mir auf den Sack. Warum bist du so? Oh. Ich bin. Ich muss so, wer... Wett schlecht. So, erstmal hier... Klar Schiff machen. Na, da kommt ja schon wieder so ein kleiner... Hüpfi. Oh, nein. Und das immer gut. Hüppfie, du warst nie für mich da, immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war... Hüppfie! Grabbel, 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 grabbel. Oh, der Scheimkleister reicht nicht! Hä? Hüpps. nur das doch doch da ist auch noch einer so gestein kommt auch den last habe ich auch verbunden das sehr schön Auto du warst nie für mich da Toilette Holzerreste Toilette nord ... Oh! Au! 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 Aua! Au! Bist du denn? Wo bist denn du hin? Warum haut denn der ab? Hat der Angst? Mülleimer! Wow! Ein Trinkbäckchen in einem Mülleimer. Achso! Ich bin direkt hier, wo der Leuchtturm auch ist. Das ist ja schon schön. Schön ist das. Und ich hab hier einen Dragoner gefunden. Dreck davon nach der Insel. Direkt erwecken. Kannst du direkt mitnehmen. Ja, wir haben ja genug. Platz ist im kleinsten Häuschen. Äh, Hütchen. Insel ist bereinigt. Hab ich auch gemacht. Super. Oh, dann kann ich direkt altern lassen sogar. Nein, ich kann die Waffe nicht mehr mitnehmen. Naja, egal. Deswegen lass ich auch mal ein paar Waffen immer zu Hause. Boah, Mama. Ja, ich hab's gehört. Musste mal warten. So, Achtung. Wir starten. Der Leuchtturm leuchtet. Oder so ähnlich. Ah, jetzt leuchten sie alle auf. Dragoner im Winterschlaf enden, um Dragoner zu sehen. Uiuiuiuiuiuiui. Ja gut, da sind einige. Da ist nur einer. Da ist auch noch einer. Alter, wie viele Kisten sind da? Ey, vor dir ist das fast eine blau-Pause. Jetzt umdrehen. Rechts. Andere Seite. Andere. Weiter. Drehen. Andersrum. Andersrum. Ja. Du drehst dich nämlich. Nee, jetzt bist du falsch gedreht. Du bleibst ja nicht falsch gedreht. Guck doch mal auf die Map. Ja. Du siehst die Blaupause. Ach. Da, hinten in der Ecke. Alter, sie ist blind, die Frau. Die ist irgendwo hinten in der Ecke. Mal gucken, wo die sein könnte. Wo finden sie es noch? Ach, in die Richtung. Ist ja gar nicht manchmal. Die müsste hier irgendwo sein. Auf dem Buch. Ist ein Frack. Ja, die sind immer gut versteckt. Ah, ich seh. Da oben. Da ist nämlich auch ein Geschenk. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hab ich die Blaupause jetzt eigentlich? Ich hab sie noch nicht gesehen. Freu du nicht? Nee, ich glaub nicht, oder? Ah. Ups, äh, hier. Jetzt hab ich sie. Jetzt hast du sie. Jetzt seh ich sie auch. Jetzt seh ich sie. Du, Jasfay. Aber ich hab ihn noch nicht gereinigt, glaube ich, ne? Hört die kleine Insel mit dazu? Das kann sein. Oh. Oh, ich hab jetzt keine Zeit. Und keine Lust. Oh, Leute. Das ist echt mega nervig, ne? Oh.